Hi, mein Name ist Ivo Gutlim von der Firma Gutlim Systems und ich darf euch heute zeigen, was sich in der Zeiterfassung getan hat. In der Zeiterfassung haben wir zwei neue Features erhalten. Das erste Feature ist, dass wir aus Vorlagen Zeiten eintragen können und das zweite ist, dass wir Warnungen im System nicht nur wie bisher angezeigt bekommen in der Tagesansicht, sondern auch in der Arbeitszeitenübersicht und bei den Einträgen. Aber schauen wir uns das direkt im System an. Ich befinde mich hier in der Zeiteintragenmaske und in dieser kann ich zum Beispiel hergehen und einfach den Zeiterfassungstypen auswählen. Dazu wähle ich die Familie aus und den Felix. Ich wähle zum Beispiel auch zwei Ziele aus und schreibe dann grundsätzlich die Sachen rein, die bei der Betreuung relevant waren. Wenn ich jetzt immer wieder aber auch hergehen möchte und was mitdokumentieren möchte, zum Beispiel allgemeines Stimmungsbild und Betreuungsdokumentation. kann ich diese hier zum Beispiel eingeben und auch gleich entsprechend fett markieren. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich eben das Ganze als Vorlage speichere. Wenn ich das speichern möchte als Vorlage, sagt er mir zuerst, dass der Benutzer oder die Benutzerin Datum, Uhrzeit, Leistungen, Ausgaben sowie Anwesenheitslisten nicht automatisch verspeichert werden. Das heißt, ich gebe hier ein, den Namen der Vorlage. In dem Fall sage ich einfach Felix Doku. Und je nachdem, ob ich es für alle Benutzerinnen speichern möchte oder nur für mich, aktiviere ich oder deaktiviere ich diesen Regler. Ich gehe auf Vorlage speichern und das war's schon. Jetzt wechsle ich zurück in meinen Kalender, wähle einen neuen Zeitraum aus, gehe auf Zeitantrag erstellen und klicke hier oben auf Vorlage laden. Ich wähle meine Doku aus, sage Vorlage laden. Sofort füllt sich die ganze Maske automatisch aus und alle meine Eingaben sind wieder hergestellt. Das Ganze kann ich jetzt aber auch natürlich noch in der Zeitantragmaske machen. Hier habe ich das dann auch ausgeschrieben. Wähle wieder aus, Felix Doku, Vorlage laden und alle meine Daten sind geladen, unabhängig von Datum und Uhrzeit und ich könnte diese zum Beispiel einfach neu vergeben. Ich speichere das Ganze nun. Und mein Eintrag enthält eben genau diese Daten. Schauen wir uns nun das mit den Warnungen an. Hierzu wechsle ich einfach als erstes mal auf die Tagesansicht. In der Tagesansicht sehen wir, dass es zwei Tage mit Warnungen gibt. Einmal ist es eine Zeitüberschneidung von Einträgen, sowie dass die Pausenzeiten nicht eingehalten wurden und dass die maximal zulässige Arbeitszeit von zehn Stunden überschritten wurde. Am zweiten Tag sind das Überschneidungen. Hier ging das ja schon immer, aber nun kann ich auch auf die Einträge wechseln. Hier gibt es die Spalte Warnungen. Diese kann ich einfach auswählen und kann dann zum Beispiel filtern und sehe alle Zeitanträge, die zu dieser Warnung geführt haben. Das Gleiche geht jetzt auch bei der Arbeitszeitenübersicht, wenn ich mir mehrere vor allen Dingen gleichzeitig anschauen möchte oder ein ganzes Team, dann habe ich hier vorne die Einträge mit Warnungen bzw. dass es Warnungen gibt, angezeigt. Und wenn ich draufklicke, erhalte ich nur die Einträge, die wirklich zu einer Warnung geführt haben. Das heißt, ihr habt so natürlich den Vorteil, dass ihr als Verwaltungskräfte oder als Teamleiterinnen sehr einfach und sehr schnell sehen könnt, wenn Einträge von euren Kolleginnen und Kollegen nicht dementsprechend, wie ihr euch das vorstellt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und weiter geht's mit den Anträgen.